Der Mensch, die wohl geheimnisvollste Spezies unseres Planeten. Ein Mysterium offener Fragen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Woher wissen wir, was wir zu wissen glauben? Nein. Wieso glauben wir überhaupt etwas? Unzählige Fragen, die nach einer Antwort suchen. Eine Antwort, die wieder eine neue Frage aufwerfen wird. Und die nächste Antwort wieder die nächste Frage und so weiter und so weiter. Doch ist es am Ende nicht immer wieder die gleiche Frage und immer wieder die gleiche Antwort? Ball ist rund. Spiel dauert 90 Minuten. Soviel ist schon mal klar. Alles andere ist Theorie. Und ab!